Ich glaub, es war unrealistisch zu denken, dass sich hier irgendjemand blicken lässt, wo doch alle ihre eigenen Probleme haben. Du warst dir nicht zu schade dafür. Du bist ein Schabetier! Du warst dir nicht zu schade dafür. Also, was genau ist der Plan? Zunächst brauchen wir 48.000 Dollar, so viel ist klar. Dann sollten wir helfen, Mattis Job zu retten. Du scheinst richtig intensiv darüber nachgedacht zu haben. Wie wär's, wenn wir uns einen Plan ausdenken, aber wir machen es in privater Atmosphäre, zum Beispiel in meiner Wohnung. Keine Chance. Gut, du lässt mich dafür arbeiten, verstehe. Hab's kapiert. Wenn ich den Ball versenke, in diesen Korb, kommst du dann am Freitagabend zu mir zum Essen? Was meinst du? Du willst ein Basketball versenken? Bitte. Na gut, nimm die Wette an. Deal. Wo willst du hin? Oh, nein, 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 komm schon, das ist geschummelt. Nein, ist es nicht. Nein, das, das ist unfair, das... Deine Träume werden bald wahr. Albträume. 0 zu 17.